Hallo und Willkommen zu WatchMax's Watch Videos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute wieder reingeklickt hattest. Heute soll es um eine Kaffeepause gehen. Anlass für dieses Video ist, dass ich die 3000 Abomarke am letzten Wochenende geknackt habe. Dafür wollte ich mich ganz ganz herzlich bedanken. Seit drei Jahren gibt es meinen Kanal und ich habe 3000 Menschen, denen es wert war, meinen Kanal zu abonnieren, weil sie neugierig sind auf die neuen Videos, die ich mache. Das freut mich ungemein und es freut mich insbesondere auch deshalb, weil auf meinem Kanal ja manchmal einiges durcheinander geht. Ich habe unglaublich viele verschiedene Formate schon probiert und wieder fallen lassen und ich habe auch eine ganze Menge Formate, die ich immer noch pflege und regelmäßig mache. Übrigens, das Ding hier heißt Kaffeepause, weil es dazu immer einen Kaffee gibt. Alter, der ist noch heiß! Die verschiedenen Formate, die ich habe, sind zum einen mal ganz reguläre Uhrenvorstellungen, Reviews, eigene Uhren, Glieneuhren, Uhren, die mir Hersteller bereitgestellt haben. Dann gibt es auch das Format One Week on the Wrist, eine Woche am Arm, immer wenn ich eine neue Uhr habe. Und dieses Jahr kommt vielleicht auch neu dazu, dass ich mal eine fremde Uhr eine ganze Woche trage. Für mich wird das was ganz Neues sein. Ich bin sehr gespannt, wie ich dann mit einer fremden Uhr eine Woche am Arm umgehe. Auch das wird kommen. Dann habe ich das Format Star Club. War etwas weniger geworden in den letzten Monaten. Aber gerade dieses Wochenende ist ein Star Club Video über die drei damals 10er Uhren von Sin zusammen mit Stefan erschienen. Dann habe ich meinen Podcast, den ich jetzt fast ein Jahr lang betreibe. Dann habe ich mein Quiz, was ich fast ein Jahr lang betreibe. Dann habe ich hin und wieder ein Interview Format. Also ich will damit sagen, wer auf meinen Kanal kommt, der ist sich nicht immer sicher, was er bekommt. Und es sind auch unterschiedlichste Sachen dabei, sodass ich vielleicht nicht jeden damit anspreche, der ein ganz bestimmtes Format bevorzugt. Dazu kommt, dass ich mir die Freiheit nehme, auch mal etwas zu machen, was nichts mit Uhren zu tun hat. Wie zum Beispiel die drei bisher erschienenen Messer Videos. Eins kommt noch. Insofern sind für mich die 3000 Abonnenten doppelt wertvoll. Und hinzu kommt noch, dass ich ja nun eine Nische in der Nische bediene. Es geht um Uhren und dann auch nur um Uhren deutscher Marken. Das heißt, die Anzahl derer, die sich grundsätzlich für meine Videos interessieren, ist eh beschränkt. Insofern bin ich damit mega glücklich und ich bin unglaublich dankbar für das ganze Feedback, was ich bekommen habe, was mir geholfen hat, meinen Kanal zu verbessern, meinen Inhalt zu verbessern und auch selber vor der Kamera besser zu werden. Insofern ist das für mich wirklich ein großer Meilenstein und da wollte ich noch mal ganz ganz herzliches Danke für sagen. Dann möchte ich noch etwas sagen zu meinem Kanal, zu meiner Person, weil es mir wichtig ist und auch um einige Sachen klarzustellen. Auf meinem Kanal geht es grundsätzlich nicht um Politik. Ich habe einmal, also ich meine Uhren verkauft, verkauft habe, da ein Statement gemacht, aber grundsätzlich geht es auf meinem Kanal nicht um Politik und das möchte ich auch so weiter handhaben. Vielleicht nehme ich mir hin und wieder das Recht, eine Meinungsäußerung zu tun, aber grundsätzlich will ich hier keine politischen Diskussionen haben. Ich muss aber eine Sache klarstellen, weil mir das echt ganz wichtig ist. Auf meinem Kanal geht es um Uhrenmarken aus Deutschland. Wer daraus meint, schließen zu können, mich in einer bestimmten politischen Ecke verorten zu können, glaubt mir, ihr könntet nicht falscher liegen als damit. Das ist etwas, was mir so fremd ist, wie es mir nicht fremder sein kann. Und ich habe in letzter Zeit, ja, gehäuft ist zu viel, aber häufiger als noch vor einem Jahr Kommentare gesehen, die in diese Richtung gingen. Ich möchte sie hier nicht zitieren. Ich möchte sie auch nicht prominenter werden lassen, als sie für eine kurze Zeit ohnehin gewesen sind. Ich werde solche Kommentare zukünftig erstens überhaupt nicht mehr bis zum Ende lesen und zweitens sofort löschen, wenn ich sie sehe. Falls ihr irgendwelche politischen Kommentare seht, pingt mich gerne an. Viele von euch wissen, wie sie mich schneller erreichen können als über die YouTube-Kommentare. Ich werde diese Kommentare sofort löschen, und zwar politische Kommentare, egal aus welcher Richtung, ob ich sie grundsätzlich unterstützen würde oder ob ich grundsätzlich dagegen argumentieren würde. Ich möchte diese Diskussionen hier nicht haben, aber ich möchte ganz klar klarstellen, ich selber bin politisch in einer komplett anderen Ecke verortet, als es vielleicht dem ein oder anderen in den Sinn kommen könnte, wenn er denkt, naja, er macht über was, über deutsche Uhren. Nein, nada, niente, in keinem Fall. Und wenn jetzt der ein oder andere enttäuscht ist, dann kann ich das nicht ändern. Es gibt genug Kanäle, bei denen ihr euch dann vielleicht wohler fühlt. Mein Ding ist das nicht. Ich wollte das nur mal klarstellen, weil ich habe bisher so gut wie keine Kommentare gelöscht. Zukünftig werde ich, was das betrifft, etwas rigoroser sein und mir weniger Gedanken machen, ob löschen oder nicht, sondern das wird dann einfach direkt entfernt. Dann möchte ich noch auf eine Sache eingehen. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich neue Sachen probieren möchte, habe Sachen angekündigt, wie zum Beispiel die Uhrenserie über Glashütte. Das habe ich alles noch auf dem Plan, aber ich habe im Augenblick privat unglaublich viel um die Ohren. Ich habe beruflich unglaublich viel um die Ohren, sodass es mir schwerfällt, neue Konzepte und neue Formate zu konzipieren, zu strukturieren und auch mich damit gedanklich auseinanderzusetzen. Das bedeutet nicht, dass sie nicht kommen. Das bedeutet nur, dass sie vielleicht etwas zeitversetzt kommen. Das war mir ganz wichtig zu sagen, weil das sind Formate, an denen ich unglaublich viel Spaß habe. Gerade diese Serie, die ich über den Schwarzwald gemacht habe. Jetzt nochmal mit Glashütte und mit Jörg hatte ich ganz viele Ideen durchgesprochen. Wir haben also wirklich eine sehr gut gefüllte Schublade. Was heißt wir? Ich habe sie geschenkt bekommen und habe jetzt eine wirklich sehr gut gefüllte Schublade für mehrere Serien dieser Art. Ich schaffe es aktuell nicht, sie wirklich umzusetzen, aber ich verspreche, ich bleibe am Ball, weil das ist etwas, was mir unglaublich gut gefällt, wahnsinnig viel Spaß macht und ich euch auch nicht vorenthalten wollte. Ja, das war also meine Kaffeepause. Kaffeepause. Ich trinke übrigens immer noch Kaffee. Jetzt kann man ihn noch trinken, ohne sich die Schnüsse zu verbrennen. Wenn ihr Ideen habt, Vorschläge, Wünsche, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und was ich euch noch sagen wollte, da hat letztens einer auf dieses Video geklickt und er war begeistert. Und hier unten, da hat letztens einer meinen Kanal abonniert und es hat seine Freude an YouTube nachhaltig verbessert. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Axel.